Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, ich freue mich sehr, dass ich faktisch das zweite Mal in einer Reihe die Lehrveranstaltung für ein Semester mit einem Vorschau-Video vorstellen kann, etwas darüber sagen möchte, wie ich mir die Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2021 vorstelle. Sie wissen, die stehen immer noch unter Planungsvorbehalt, was die Präsenzlehre angeht und würde zugleich einige wichtige Ressourcen vorstellen, mit denen man jetzt schon arbeiten kann, bevor das Wintersemester überhaupt startet. Vielleicht ganz kurz zu den thematischen Schwerpunkten. Ich werde im Wintersemester eine Vorlesung zur Koloniallinguistik anbieten, ein Seminar zu Auxiliarität, das ist ein grammatisch orientiertes Seminar und ein Seminar zu Digital Hernhut. Hier wird es vor allen Dingen darum gehen, wie man Digitalisate zu maschinenlesbaren Texten macht und auf welche Tools und auf welche Möglichkeiten man dabei setzt, sodass das eher handwerklich angesiedelt ist im Kontext der sogenannten Digital Humanities. Und je nachdem, worauf Sie Lust haben, würde ich mich freuen, Sie in einer der Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. Vielleicht ganz kurz zu den organisatorischen Details. In der Vorlesungszeit wird meine Sprechstunde weiterhin Donnerstag zwischen 13 und 14 Uhr stattfinden. Entweder über Werbe oder je nachdem, wie die pandemische Lage ist, auch in Präsenz in der Wiener Straße 48 im Raum 202. Und alle Informationen zu den Lehrveranstaltungen finden Sie entweder auf unserem Blog oder auf dem Lehrveranstaltungsverzeichnis der Fakultät. Wenn Sie sich wundern, dass ich hier sprechende Links verwende, liegt das daran, dass ich mein Lehr- und Lernmaterial nicht nur als Open Educational Resource zur Verfügung stelle, sondern auch weitestgehend versuche, technisch barrierefrei zu arbeiten. Das Ganze hat natürlich seine Grenzen. Aber damit Sie jetzt nicht erraten müssen, welche Links hinter diesen sprechenden Links liegen, verlinke ich die entsprechende PDF in der Beschreibung unter diesem Video. Zentral für die Lehre, das werden Sie nachher gleich sehen, sind die Matrixräume zu den Lehrveranstaltungen und hier jeweils für die thematische Veranstaltung ein Raum. Und daneben, damit haben wir auch gute Erfahrungen im Wintersemester gemacht, im Sommersemester gemacht, der gemeinsame Raum für das Oberseminar. Daneben empfehle ich sehr gerne die Matrixkanäle der Fakultät, in der Sie zeitnah über aktuelle Entwicklungen informiert werden. Würde mich freuen, wenn Sie sich schon jetzt mit dem Gedanken vertraut machen, dass Sie jederzeit anonymes Feedback für die Lehrveranstaltung geben können, dass Sie auch öffentlich einsehen können. Auch diese Links hinterlege ich für Sie direkt in der Präsentation. Und des Weiteren finden Sie alle Kontaktdaten und Informationen zu den Mitarbeiterinnen der Professur Garmistische Linguistik und Sprachgeschichte auf unserer Website. Vielleicht ganz kurz, wenn wir über digital gestützte Lehre reden, das sage ich nicht zum ersten Mal, dann geht es vor allen Dingen darum, wie wir im Wintersemester sicherstellen können, dass so viele Studierende wie möglich, egal wo sie sich befinden, an Lehrveranstaltungen teilnehmen können. Und es wird so sein, dass in meinen Veranstaltungen alle Inputs asynchron organisiert werden. Das heißt, es gibt voraufgezeichnete Videos entweder zu den Seminaren oder zur Vorlesung. Und diese können Sie natürlich nicht nur in dem zeitlichen Slot schauen, in dem das Seminar selbst stattfindet, sondern darüber hinaus zu jeder Zeit, sobald der Upload erfolgt ist. Wenn wir gemeinsam interagieren, hat sich die Chatumgebung, sprich die Matrix dafür als besonders geeignet herausgestellt. Und daneben besteht natürlich die Option auf eine Videokonferenzumgebung. Im letzten Semester habe ich dafür Zoom verwendet. Schlussendlich und darüber hinaus brauchen wir noch eine kollaborative Arbeitsplattform und die stelle ich Ihnen aber gleich im Folgenden vor. Das wird im Seminar die Umgebung des Miro-Boards sein, denn die Einführung der Nextcloud 21 Apps an der TU Dresden verzögert sich noch etwas, sodass wir nicht im Wintersemester 2021 damit rechnen können. Die Chatumgebung Matrix stellt uns aber eine Kommunikationsplattform zur Verfügung, in die wir auch andere kollaborative Arbeitsplattformen einbetten können. Einige davon werde ich im Seminar sicherlich testen. Auf das angenehme Feedback hatte ich schon bereits hingewiesen. Hier noch einmal der Link zu dem öffentlich ausgestellten Miro-Board, auf dem Sie Evaluationen direkt einsehen können. Und zum Zweiten möchte ich hier an der Stelle, weil es eben auch auf einem Miro-Board liegt, auf die digitalen Inhalte der beiden sprachwissenschaftlichen Professuren am Institut für Germanistik hinweisen, von Simon Mayer-Vieracker auf der Professur für Angewandte Linguistik und meiner Professur für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte. Diese Sammlung wächst beständig und Sie können die Inhalte dort jederzeit nachverfolgen, einsehen, weiternutzen, wie Sie das möchten. Vielleicht ganz kurz, bevor ich zu den einzelnen Veranstaltungstypen komme und den Prüfungsleistungen, die damit verbunden sind. Es wird in der Vorlesung und beiden Seminaren die Möglichkeit geben, bestimmte Ergebnisse zu publizieren, also öffentlich sichtbar zu machen. Und hier geht es darum, dass Ihre Leistung als Studierende nicht nur für das Abhaken einer Modulleistung produziert wird, sondern dass sie als Anregung dienen kann für andere. Und deswegen ist die Publikation auf Blogs sinnvoll, sowie auf den Plattformen YouTube, Spotify und anderen Mikro-Blogs, unter anderem Twitter. Und das betrifft sowohl die Präsentation als auch schriftliche Arbeiten wie Hausarbeiten und Rezensionen, wobei die Präsentationen zum Beispiel auch als Lehr- oder Lernvideos bzw. als Podcast-Folgen öffentlich zugänglich gemacht werden können. Wenn Sie wollen, schauen Sie jetzt und hören Sie jetzt schon bei Spotify hinein in den Podcast Last Not least. Das ist ein Beitrag mit ausschließlich studentischen Arbeiten zu aus meiner Sicht sehr interessanten und vielfältigen Inhalten. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hineinhören. Und Sie können sich jetzt schon mit dem Gedanken auseinandersetzen, ob Sie das für Ihre Arbeiten und Präsentation genauso möchten. Kommen wir ganz kurz zu den thematischen Veranstaltungen. Hier beginnend mit der Koloniallinguistik. Ich halte den Begriff Koloniallinguistik für nicht sehr glücklich. Ich würde gern das problematisieren und in der Vorlesung außerdem auf die koloniale und postkoloniale Forschung eingehen und auch Möglichkeiten diskutieren, wie wir uns in diesem Themenfeld bewegen können. Ausgangsbasis werden dafür die Arbeiten von Michel Foucault und der germanistischen Diskurslinguistik sein, die hier speziell in der Koloniallinguistik auch in die kritische Diskursanalyse münden soll. Dieses Feld werde ich in der Vorlesung ebenso bespielen wie die klassischen Ansätze einer germanistisch-linguistischen Diskursanalyse. Wie wird die Vorlesung aufgebaut sein? Es ist so, dass ich hier dem Muster folgen werde, das ich in den letzten Semestern erprobt habe. Es wird immer einen thematischen Input geben und darüber hinaus einen Interaktions- und Organisationsteil. Es wird die Möglichkeit für Feedback geben in der Vorlesung selbst und weitere Informationen, sodass zwar der thematische Input der Vorlesung etwas knapper ausfällt, als sie es üblicherweise von akademischen Vorlesungen gewohnt sind, die über 90 Minuten laufen. Allerdings hat sich dieses Format auch der Interaktion, Organisation und des Austauschs sehr bewährt. Anders als im letzten Semester strebe ich an, die Vorlesung als hybride Veranstaltungen anzubieten. Das heißt, es wird immer auch die Möglichkeit geben, je nach Raumkapazität für Sie als Studierende vor Ort präsent zu sein, aber auch sich von außen zuzuschalten, wenn zum Beispiel die Planung, die Organisation, die Logistik für Sie eine Teilnahme schwierig bis unmöglich macht. Wie ich die Plätze in der Vorlesung selbst vergebe, auch dafür gibt es ein in den letzten Semestern erprobtes Muster, nämlich eine kalendarische Abfrage und Sie können die Termine angeben, zu denen Sie die Vorlesungen besuchen wollen vor Ort. Und je nachdem, wie die pandemische Lage aussieht, richten wir dann entsprechende Plätze in der Vorlesung für Sie ein. Zu den Prüfungsleistungen nur ganz kurz. Üblicherweise unterscheide ich, egal welche Prüfungsleistungen Sie erbringen müssen, zwischen zwei Formen, nämlich einmal einer Rezension und zweitens zwischen einer Klausur. Die Klausur wird üblicherweise als Take-Home-Exam geschrieben, sprich Sie verfertigen einen Essay zu einer komplexeren Fragestellung und daneben besteht immer noch die Möglichkeit, Rezensionen zu verfassen, die Sie bitte an der Zeitschrift für Germanistische Linguistik, Zeitschrift für Rezensionen zur Germanistischen Sprachwissenschaft orientieren. Das zeige ich Ihnen gleich. Wenn Sie Informationen zu den Prüfungen suchen und zur Einverständniserklärung, die brauchen wir zwingend auch für das Streamen aus dem Vorlesungssaal, darf ich Sie bitten, sich auf unserer Website zu informieren. Den sprechenden Link lösen Sie, wie gesagt, in der verlinkten PDF auf. Die Klausur als Take-Home-Exam, um das vorwegzunehmen, ist ein erprobtes Prüfungsformat aus den letzten Semestern. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle nicht auf die Details eingehen, sondern möchte Sie gleich auf die exemplarischen Klausuren nebst Lösungen auf unserer Website hinweisen, die ich öffentlich zur Verfügung stelle, sodass Sie sich hier vollkommen unproblematisch und unkompliziert informieren können. Und zum Zweiten, das hatte ich bereits angekündigt, noch einen Blick auf die Rezension als Prüfungsleistung. Hier sind kleine und große Prüfungsleistungen zu unterscheiden, deren Umfang entweder zwischen 6.000 und 7.000 Zeichen oder 8.000 und 11.000 Zeichen liegen soll. Sie orientieren sich dabei bitte an den Standards der Zeitschrift für Rezensionen zur germanistischen Sprachwissenschaft und geben die Arbeit bitte nicht bis 15.09., das ist hier ein Fehler, ab, sondern bis zum 15.03.2022 digital als PDF mit einem entsprechenden Betreff. Und damit bin ich noch einmal hier an der Vorlesung. Auch hier wird es die Möglichkeit zur Publikation geben. Vor allen Dingen betrifft es dann Ihre Rezension oder exemplarische Musterlösungen für die Klausuren. Das werden Sie sehen, wenn Sie unser Blog aufrufen. Kommen wir zu den thematischen Seminaren, nämlich einmal Digital Lernhut und zum anderen zum Seminar Auxiliarität. Die beiden Seminare werden dem Muster folgen, das in der Vorlesung tatsächlich aufgebaut worden ist. Nämlich auf der einen Seite haben wir Inputs, auf der anderen Seite Interaktions- und Organisationsmöglichkeiten, daneben die Möglichkeit für Feedback und weitere Informationen. Der Input wird Ihnen asynchron zur Verfügung gestellt, das heißt, dafür müssen Sie nicht zur Seminarzeit präsent sein. Allerdings wird die Seminarzeit, der Seminarslot immer für den Input und die Interaktion genutzt, zumindest in der Erarbeitungsphase, thematischen Erarbeitungsphase, dazu sage ich gleich etwas. Ich würde gleich mal zu diesem Punkt springen. Das heißt, es ist hier diese Input-Phase gemeint, nämlich diese wird immer bestehen aus einem thematischen Input und der Interaktion. Daneben haben wir Erarbeitungsphasen und Phasen der technischen Unterstützung, in der Sie sich in digitale Präsentationstechniken einüben können. Das sollte ja mittlerweile gefühlt und gehofft nach den sogenannten Corona-Semestern einigermaßen sitzen. Und der vierte Teil des Seminars ist dann den Präsentationen und der Vorstellung der Ergebnisse gewidmet. Und diese folgen wieder dem Muster Inputs, Interaktion, Information und Feedback. Zu den Prüfungsleistungen im Seminar. Auch hier wieder der Hinweis auf die Prüfungsinformationen, die Einverständniserklärung, die Hinweise zum wissenschaftlichen Arbeiten auf unserer Website. Idealerweise ist Ihr Anteil im Seminar aktiv. Und ich unterscheide hier zwischen einem Expertenvortrag und einem Workshop-Format. Sie sehen schon, hier habe ich das Abgabedatum angepasst, 15 oder 22. Aber um noch einmal zu dem Referat zur Präsentation zurückzukommen, ein Expertenvortrag im Seminar oder ein Workshop-Format, bei dem man gemeinsam an Material arbeitet. Die Vorträge und Präsentationen in den letzten Semestern haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie meistens in Gruppen realisiert worden sind und dann in entsprechende Videos oder Podcast-Folgen eingeflossen sind. Und hier können die Studierenden letzten Semester sehr stolz auf ihre Leistungen sein. Es sind sehr differenzierte und sehr, sehr schöne Ergebnisse zustande gekommen, die auch in den entsprechenden Playlists auf YouTube, Spotify, dem iTunes-Store und Castbox auch noch weiterhin verfügbar sind, worüber ich mich sehr freue. Das, was zu den Seminaren noch zu sagen ist, auch hier strebe ich hybride Formate an. Das heißt, der Unterricht, die Lehre für einen Teil von Ihnen in Präsenz in den uns zugewiesenen Räumen, die es dürften, für beide Seminare dürfte das die Wiener Straße werden. Und für diejenigen, die es aus logistischen, technischen, privaten, sonstigen Gründen nicht leisten können, vor Ort zu sein oder einfach, weil die Raumkapazität nicht ausreicht, für die wird die Möglichkeit bestehen, sich von außen zu diesem Raum zuzuschalten. Ich hoffe, dass es uns technisch gelingt, dass wir konsequent auch gut zusammenarbeiten können. Eine Bitte, das trifft für die Vorlesung nicht in dem vergleichbaren Maße zu. Wenn Sie in Präsenz in den Seminaren dabei sein wollen, darf ich Sie bitten, dass Sie Ihre eigene Technik mitbringen, um Gruppenarbeiten zum Beispiel auf kollaborativen Plattformen zu ermöglichen. Es wird nichts nützen, wenn Sie im Seminarraum mit Stift und Papier sitzen. Deswegen bringen Sie bitte digitale Technik mit. Meistens wird das ein Notebook sein. Ich hoffe, dass nach einer ersten Sichtung der verfügbaren Geräte sich herausstellt, dass wir mit diesen Geräten auch zum Beispiel so etwas wie Kleingruppenarbeiten in unterschiedlichen Breakout-Rooms und Zusammensetzungen realisieren werden können. Ich verlinke dazu zwei, drei Videos in der Beschreibung zu diesem Video selbst und eines speziell im Infobereich, das heißt als Infokarte über diesem Video und hoffe, dass wir so die Lehre im Wintersemester gut werden realisieren können, gemeinsam realisieren werden. Und auch, das ist die Hoffnung, idealerweise in einem hybriden Setting. Was Sie dafür mitbringen müssen für dieses hybride Setting, wenn Sie in Präsenz möchten, ist, dass Sie sich bitte an die 3G-Regel halten, das heißt geimpft, getestet oder genesen. Und vor allen Dingen an die Hygienestandards, die dann in den betreffenden Lehrräumen und Universitätsgebäuden gelten werden. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie mir entweder in der Matrix oder im Kommentarbereich unter diesem Video. Ich freue mich auf das Semester, egal wie wir es gestalten werden. Ich bin zuversichtlich, dass wir über die technischen Möglichkeiten verfügen, um es zu einem guten Semester für Sie zu machen. Bis dahin, Ihr Alexander Lasch und wünsche Ihnen noch einen schönen Sommer. Vielen Dank. Vielen Dank.